hallo herzlich willkommen zu diesen informations video meine lieben freunde und zwar ist heute der 24.02 2017 heute kommen wir mal ein bisschen verändert zwei videos online denn heute kommt um 14 uhr city skylines folge 3 und um 18 uhr minecraft staffel 6 folge 367 am samstag sonntag montag dienstag und mittwoch kommen wahrscheinlich keine videos wenn sich das noch künftig ändern wird werde ich zeitgemäß ein informations video raushauen grund dafür ist eine umstrukturierung meines zimmers ich baue das komplett um und hier reißen boden raus und alles möglichen neue möbel und deswegen habe ich da überhaupt keine zeit erst mal für youtube das ist erst mal zweitrangig geworden oder irgendwas rangig müssen erst mal wieder hier alles raus räumen bzw rausgeräumt ist schon das meiste und jetzt muss erst mal gestrichen werden als möglichen so ich habe das reicht von samstag bis mittwoch also ich kann noch mal das datum anzeigen vom 25 bis zum ersten dritten 25 2 bis ersten dritten höchstwahrscheinlich kein video bei mir zu sehen wenn sich das noch ändern sollte habe ich zeitgemäß ein informator raus dass ihr bescheid wisst das war's von mir meine lieben freunde ich wünsche euch noch ein wunderschönes wochenende genießt die faschings zeit ich bin der tressus tschau tschau so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020